Hallo liebe Schlagzeug- und Caron-Fans. Heute möchte ich ein weiteres Kapitel vorstellen aus meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book und hier geht es um praktische Crews mit Fill-In für das Caron. Wieder adaptiert vom Schlagzeug zum Caron. Hier geht es auch wieder darum, dass die Bass-Dram mit der rechten Hand gespielt wird und die Snare mit der linken. Mit ein paar interessanten Fill-Ins dazu. Ok, legen wir mal los. Gut, gucken wir uns einen weiteren an aus dem Kapitel, die Übung 2. Ok, mal etwas schneller gespielt. Soviel zu den binären Rhythmen aus diesem Bereich. Gucken wir uns mal die triodischen Rhythmen an. Okay, let's go. Wer da noch Interesse hat für viele weitere Rhythmen. Diese findet ihr in meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book. Der Bestell-Link ist in der Beschreibung hier unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert den Spaß mal aus. Man kann viele tolle Sachen damit anstellen und viele tolle Sachen auch damit begleiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt sauber. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.